Es ist unsere Aufgabe, diese komplexen Vorgänge so zu präsentieren und zu zerlegen, dass sie den Parolen und Schlagzeilen von Rattenfängern und falschen Propheten nicht auf den Leim gehen. Glauben Sie keinem der selbsternannten Weltuntergangspropheten mit den berühmten kurzen Sätzen. Dafür war und ist die Welt viel zu kompliziert. Wie können wir wissen, welches Risiko ernst zu nehmen ist? Täglich werden wir mit neuen Gefahren konfrontiert.